hey ich auch Gottes Willen was ist denn mein Problem du bist ja heute richtig am verzweifeln da warst du bei der Franz Map bei der Franz Map warst du da hingegen echt tiefenentspannt obwohl die um einige schwieriger war Frau komplett am verzweifeln ja gerade irgendwie schon weil mein Skill gerade nicht vorhanden ist und ich habe das Gefühl bei jeder scheiße verkacke wo man nicht verkacken darf ja gut das ist einfach lächerlich easy easy war jetzt würde ich sagen wohin hallo und herzlich willkommen ladies and gentlemen zu einer weiteren saftigen Episode let's play zusammen mit der lieben Sarah stellen wir uns der PowerSheet X 104 vom lieben Günther 2014 hallo hallo oh yeah so time to shine Frau ne time to shine mhm haha ah kriegst du schon hin kriegst du hin mhm mhm let's go hä was oh lol guten Morgen mhm ja woher soll ich das denn wissen ja sieht man doch brauchst du Brille ja vielleicht time to shine genau ich habe aber auch verkackt nul k häh ja lol und ja ok warte ja ich auch alles gut mhm in der Map Beschreibung stand irgendwas von wegen ja die einfachste PX aller Zeiten ja bin gespannt sieh ich schon kommen oh Leute mhm im Social Club hat diese Map übrigens ähm 40% gehabt ach wow yep oh ey ne ich hab den schmutzigen verkackt same same weil die musste danach glaub ich ne Koralle zeigen weiß ich nicht da war ein Pfeil ja gut ne als ob mhm ja ich bin oben rübergepfeuert das kann doch nicht sein alter ey ich geh das geh nicht was hab ich denn heute also was hab ich denn für Probleme mit schmutzigen alter i don't know ich krieg die nicht mehr hin gefühlt zweieinhalb Wochen kein GTA mehr gezockt und was ist schon eingerostet schaffst du jo ey ich hab ey ich hab längst des Todes gerade warum ey ihr habt jetzt eine Arschschlöhung gemacht ja hab ich auch ging auch ich muss auf jeden Fall gleich meinen GTA neu starten so ich hab den Punkt ja hab ich auch hallo nice nice nirgends nirgends blockiert jemanden hins oh zack ah 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 besser das ist gut nirgends jetzt soll nicht das jahre vom weg aber nirgends 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 wie friecht ich denn raus ich weiß nicht was genau hinter mir das war großartig so oder so haben wir beide sichten geil oder doch ne nirgends 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 die leute haben sich jetzt schon dran gewöhnt wahrscheinlich oh geil 20 ah ich glaube das dauert noch ein bisschen oder weiß ich nicht schreibt sie die kommentare höh dafür ist der quatsch ja da hey ich bin zu inkompetent gerade zu fahren den nächsten Puls ja ja es ist easy es ist wirklich oh Gott sei Dank haben wir heute nochmal easy stuff rausgeholt hallo ist ja schon peinlich mein Gott hm oh ein Flip ok oh mein hm hm ähm alles gut alles gut das ist gerade ganz entspannt das fahren auch wir sind beim Lachs wie reizend ich hab auch mal den Punkt Hi ja wie Hi ich bin schon ein weiter jetzt wie nimmst also fast ein weiter wieso schade ich wollte mit dir zusammen die Map fahren hm ja gut ja gut was sagt uns das alter war das knapp jetzt jetzt hab ich den nächsten Punkt hm kannst du mir auch nicht warten oder so äh lass mich mal legen ähm nein wow warum bist du so wow wow weil ja ähm muss ich eigentlich zwischen also durch die engstelle ja muss ich hab ich auf jeden Fall so gemacht ja und runter ist ein Ding hab ich gerade ausprobiert haha alter Schwede mieser Schocko hm schade er hat man halt hat man das halt gefühlt nicht gesehen hey ich oh Gottes Willen was ist denn mein Problem ähm du bist ja heute richtig am verzweifeln da warst du bei der Franz Map ey was ist da so muss ich nichts hin ich bei der Franz Map warst du da hingegen echt tiefenentspannt obwohl die um einige schwieriger war nicht gerade sowas wenn ich vom Gas runter gegangen bin damit ich ja nicht verkacke ähm muss ich hin eins hoch da lang oh oh wie reizend Pümmtchen da lang ich hoffe ich fahr noch richtig ja oh nein ne Koralle ja beim Lachs und ich hab natürlich die Koralle verkackt nein herzlichen Glückwunsch super das läuft ja heute richtig bei dir nein unten lang oh Aris was machst du ich seh schon komm gleich stehst du am Ziel und ich häng immer noch da das wär witzig nein wo ist denn mein Skill hängen weiß ich nicht oh zum Glück müsst ihr ja nicht so viel von mir sehen ja doch komplett ja genau ich hab vergessen aufzunehmen ja ich hab die Deko gemacht genau weißt du wie glaubwürdig das gerade war oh ich hoffe doch hey nein oh ist das gemein okay okay oh ist das gemein ja es ist gemein dass ich jetzt gerade die Map gefühlt alleine fahren muss ich hab dich gerade gesehen ja ich hab dich gehört oh yeah Frau komplett am verzweifeln hier ja gerade irgendwie schon ich weiß nicht warum du weißt nicht warum du weißt nicht warum weil mein Skill gerade nicht vorhanden ist und ich bin fühl bei jeder scheiße verkacke wo man nicht verkacken darf ja gut ne weil es einfach lächerlich ist weil es einfach lächerlich ist easy peasy ball rides würde ich sagen wohin hä oh okay vor allem verkack ich die ganze Zeit die Koralle ja wenn wir den den First Trammer Stinten können wir nicht gerade hängen 1000 Glocken ja hast recht es ist untertrien 2000 echt? ja wo muss ich denn hin sag ich dir auch jetzt ne nein okay ich hab den Punkt auch mal easy deal aber warte an welchem Punkt hängst du denn gerade? 20 ah ok dann hab ich ja noch ein bisschen Zeit hier yep nein oh ok ich bezweifle es ganz ganz stark aber ich den Punkt First Tray schaffe wo du gerade hängst das ist auch klar hm das war so klar vor allem ich verkack schon bei so ner Scheiße ne und du sagst wenn ich es First Tray schaffe ja bist du immer noch nicht hier bei mir ja ich bin bei Punkt 14 also ich glaub ein Punkt und dann bin ich bei dir 1 Wollrat ja den Wollrat dann bist du irgendwo bei mir lol ich dachte ich verliere so viel Kon- ähm Dingen so viel Dingen oder? äh wie heißt das jetzt? Aktion? ja danke gerne war einfach jetzt voll blind nein oh oh zu schnell oh die da ah richtig kalt man muss Videos nicht mal auf 8 äh auf 10 einstecken 8 1 recht komplett für wenig auf Werbung ja hallo hallo okay jetzt hole ich aber wirklich einen Punkt mit Amsaal weil sonst ist doof ich häng hier nämlich an dem Punkt scheiße lang drin okay ich hab den Punkt ja und das ist der First Tray Punkt jetzt ja ja Gönnung vor allem wenn du da schon so lange hängst werde ich das bestimmt first schwer machen ja gönn dir ne nein wahrscheinlich bin ich eh schon falsch gefahren weiß ich nicht hast du ja kackt ich glaub schon ja ich weiß es nicht aber ich glaube schon ich glaube auch weil bei mir steht nämlich dass ich jetzt erster bin ja ja weil ich gesponnt bin ah geil also hast du schon was weil ich dachte dass ich falsch wäre hallo hä ja klar warte darüber haben wir jetzt nicht verraten schade ich dachte das wäre jetzt einfach verdientes Geld ja genau mit den Losers klappt das naja eigentlich nicht geh mal weiter bei den Losers klappt das ja genau oh dann hätte ich hier eine andere Graka mittlerweile drin ist die Überlegung wert hä aber andererseits kosten Grakas einfach gefühlt das Erstgeborene ja und ob dann so weitere Probleme behoben sind äh das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln ganz ehrlich ja weil das Ding ist ich kann hier auf dem PC nicht jede x-beliebige x-beliebige CPU rein klatschen das geht aufgrund des Mainboards nicht und jetzt einfach alles komplett rausreißen neu machen nee fühle ich jetzt überhaupt nicht mhm aber geteiltes Leid ist halbes Leid ne weil hier gibt es so Sachen die würde Sarah nämlich jetzt auch nicht fühlen oh wow zum Beispiel die Tatsache dass ich vorm Ziel stehe ja ich habe das Gefühl wahrscheinlich vorm Ziel gerade verkackt weiß ich nicht wo hast du denn verkackt bei dem Sprung wo man unter der Brücke lang muss ja ja das war so klar ja 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 aber ich habe es schneller herausgefunden als du nö herausgefunden wie es geht habe ich auch relativ früh das war nicht das Problem äh ja jetzt fahre ich wieder scheiße weil du es gesagt hast was denn ja nix dass ich vorm Ziel stehe meinst du halt die Fresse jetzt schnauze danke ich stehe nicht vorm Ziel ja ich fahre jetzt hier vorm Ziel hin und her ja ich glaube ich nehme nie wieder mit dir auf ach so was jetzt dein eigenes Ding ja weil ich auch so viel Ahnung davon habe schön ey kaum ne kaum sagst du das verkack ich jetzt bei jeder Scheiße wieder jetzt hör doch mal auf ich hab doch jetzt überhaupt nichts gemeldet ja genau jetzt mach mal Hände hier nee ich lass mir jetzt extra Zeit ja dann mach ich jetzt eine Werbungverbrechung ja mach das ja werbung nicht so ja mach doch ja mach doch ich werde ich nicht labern ach so ich dachte hey ich dachte ich dachte du machst Werbung für dein Merch oder so Werbung einlabern Werbung Ende ja ey ey man das kann man niemandem zeigen niemandem nein und das schneidest du auch nicht rein nein doch nein ja ich muss dir das nicht schicken ja doch ja nö ja aber ganz nicht persönlich aber ne jetzt hör auf rum zu diskutieren und hol dir jetzt diesen Pimmelpunkt den Pimmelpunkt wo du auch 30 Millionen Jahre lang gehangen hast ja weil ich wollte auf 8-1 kommen ey Alter ich hoffe ich brauch den Schwung nicht doch brauchst du nein brauch ich nicht ja dann fahr halt ohne Schwung hier durch bitte lass es reichen das helft nicht nein nein siehste dank meiner Weisheit und motiviertem Orte darf ich... hallo äh warte doch mal kurz worauf was bist du denn jetzt so worauf soll ich denn jetzt warten wolltest du mir jetzt den Sieg snacken oder was nein ja also schaffst du doch fährt der einfach kacken 30 ins Ziel mach ja ich war ja auch erster hä hä ja kannst du doch trotzdem auf mich warten ja hab ich doch ja ja hast du ja 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 hä ich verklein jetzt nicht warum du dich aufwächst ja gut aber ladies and gentlemen damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt wenn es euch gefallen hat positive Bewertung dalassen wäre ein Träumchen steckt Dominic die Videobeschreibung ab partner zu Gaming Tree Pack und der Merch sind verlinkt und natürlich bleibt dir selber zocken ne ihr wisst mir Bescheid ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sagen schön bitte, noch einen wunderschönen Tag, haut rein, macht's gut und ciao. Tschüssi.